Weg der Besserung gefangt. Die Reise kostete die Gypsies jedoch tausende Dollar und zwei Wochen ihrer Goldjagd. Aber sie sind mitentschlossen, ihr Saisonziel von 50 und zu dennoch zu erreichen. Wir mussten eine Höhe nach Hause einlegen, als ich bei meinem Dach war. Ich freue mich, dass ihr wieder zu Hause ist, in der Höhe zu gehen. Ich glaube, wir können die Saison wieder auf Kosten für eine andere Zeit laufen.